Ich war mit Angie Lutschmund, meiner Sekretärin in ihrer Wohnung und ich gebe zu, dabei ist es zu einer Situation gekommen, wo wir uns gegenseitig unserer Kleider entledigt haben. Aber, und das ist die gute Nachricht, ich habe keine Erektion bekommen, weil ich an dich gedacht habe. Du hast keine Erektion bekommen, weil du an mich gedacht hast? Und wenn du eine Erektion bekommst, dann wen denkst du dann? Untertitelung des ZDF für funk, 2017